da fehlt sozusagen nur noch die seite hier aber die frage ist ob ich das wirklich bis dahin machen ich möchte oder einfach so sieht irgendwie doof aus ja zumindest habe ich jetzt hier was frei begehbares weg mit euch so das ist quatsch und das ist marble ich könnte mir vorstellen noch so ein bisschen quatsch da oben zu verwenden frage ist wie viel quatsch habe ich das darf jetzt nicht anpacken genau aber das ding wieder hoch geht kann ich jetzt auch den wieder machen und das ding müsste jetzt richtig power ja so quatsch so scuba rüstung also es ist mir nämlich das erste mal immer passiert dass ich im singleplayer modus mir einfach nur uranium erst mal kratzen äh gecheatet habe und äh halt das ganze uranium immer in meinem inventar gelandet ist und ich dann direkt tot war weil es mich einfach vergiftet hat können wir jetzt gerne mal versuchen ja oh scheiße das war ja natürlich jetzt genial von mir zwei minuten oh ne wird hier ein ganz schwindelig von so okay ich sollte das ding noch anbehalten sonst macht mir das richtig schaden ich bin kontaminiert die rüstung bekommt auch schaden okay gut oder schlecht ich glaube ach so ja kann ich mich ja auch nicht hinzustellen oh ne dich 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 als ob ich meinen Kopf die ganze Zeit gegenüber schlagen würde wartet 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 ähm naja schade das geht nicht so ganz aber ich bin dobi der hauself so gut dann ja überlegung was mache ich jetzt was mache ich jetzt also als erstes hole ich mir baue ich mir noch oder hole ich mir noch ein paar diamanten dafür soll ich aber Kode und Sticks benutzen Sticks die ich so gut wie gar nicht mehr habe komm radiation hör auf ja sie hat mich erhört m einmal nach draußen und ein bisschen ach ja ich kann ja auch wieder meine neue Rüstung anziehen hallo leere Hand ja lasst es oh und da und die Schuhe kann ich auch wieder anziehen so raus mit mir und ab in die Freiheit zum nächsten Baum den Abfällen und wieder zurück ich bin kein Freiheitsjunge ich bin das Kellerkind was einen Todesstrahl bauen möchte um die Nachbarn in die Luft zu jagen naja natürlich nicht aber so fühle ich mich gerade in diesem Spiel ich sitze einfach nur irgendwo ganz tief in meinem Haus und kraft mir eine Sache nach dem nach dem anderen komm gib mir Junglewood und zwar so schnell es nur geht ja schneller schneller da ist wieder ein ist wieder so ein Stück drin ne so und jetzt fällt alles in sich zusammen gut Holz 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 es gibt hier auch in diesem Spiel so ne ähm Axt die einfach alles pulverisiert so schnell wie es nur geht jeder ähm sozusagen jeder Tick der hier benutzt wird wird direkt ein Teil abgebaut und äh man muss sich halt nur unten an den Baum stellen und dann ähm Linksklick gedruckt halten und der baut den ganzen Baum ab das ist voll cool das ist in äh in Traumcraft enthalten was ich hier noch nicht ausprobiert habe aber ich glaube ich kann sie euch gerne mal zeigen gleich so ab nach Hause jetzt habe ich auch genug Sticks für Fackeln du kommst wieder da hin so ähm das müsste nein 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 das ist alles was anderes nein nein gibt es hier überhaupt drinnen oh es ist schon wieder eine Stunde rum hör auf hör auf mich zu ärgern okay ja ich glaube wir waren diese Folge oder diese Stunde nicht sehr effektiv einfach mal aus dem Grund weil wir so gut wie ganz geschafft haben äh Clay 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 Dust Clay Dust kann ich noch in die in das Ding da reintun sehr wichtig Clay Dust mach ich mal eben schnell ich glaube was habe ich hier drinnen sogar nein habe ich sogar nicht ah und dann mache ich mir nächstes Mal wahrscheinlich den Braustand oder ich gehe nein ich gehe erstmal ja die Diamanten holen und dann Clay nur ein bisschen Clay nur ein bisschen Clay das Diei kann ich jetzt eigentlich wegschmeißen ab in den Recycler damit brauche ich nicht mehr so hallo Clay Block der wird ausgemacht und ach ja ich muss ja erstmal das herstellen oh der wird ja jetzt richtig schnell das gibt's ja kaum cool so das mache ich noch eben kurz damit ich das auf gar keinen Fall vergesse obwohl ah doch ich mache es noch die zwei tue ich weg ich weiß dass es eigentlich unnötig ist aber oder naja komm und da ist schon das nächste also ich glaube mehr Energie brauchen wir jetzt nicht wirklich mehr denn 35 Ticks sind gar nicht mal so schlecht it's not so bad aber zack aus und rein damit und damit würde ich mich auch wieder verabschieden warte ich stelle mich genauso hin wie ich letzte Stunde begonnen habe nur ohne diese Teile da hallo ja auch nicht auch nicht so und damit würde ich sagen bis zum nächsten Mal hau rein nein bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal